Musik Der in Membach lebende Maler und Objektkünstler Romain van Wissen ist kein Unbekannter in der ostbelgischen Kunstszene. Spätestens seitdem er 2005 den zweiten ostbelgischen Kunstpreis des ICOP erhielt, ist er vielen ein Begriff. Der Kunsthistoriker Dr. Dirk Tölke beschrieb van Wissensschaffen 2010 folgendermaßen. Romain van Wissensbilder entstehen in einem Verfahren, das verschiedene Schichten überlagert, die in einem spannungsreichen Gegensatz zueinander und zur Erwartung des Betrachters stehen. Die Jury sagt, seine Arbeiten überzeugen durch ein komplexes Spiel mit verschiedenen Bildtiefen, durch verschachtelte Raumkompositionen und unkonventionelle Farbwahl. Die scheinbar schwebenden Bildräume überzieht er mit einer Vielzahl von Mustern und Strukturen, die er mit verfremdenden Alltagsgegenständen bestückt. Kolob Achub des pública-komplexes des kohars des kohars des kohars des kohars des projekts des kohars Untertitelung des ZDF, 2020